In diesem Video wiederholen wir den Kampf gegen Lord Bolzev auf den Schwierigkeitsgrad unbekannt. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel und wir sind im New Game Plus voll voll equipped auf der Stufe 12. Wir haben alle Fertigkeiten, wir haben alle Waffen, alle Rüstungen etc. pp. Genau und machen jetzt den Bosskampf gegen Lord Bolzev. Auf geht's! So the vermin scum you call Ken stirred up enough trouble for you two rats to make it all the way to me, huh? What a pain in the ass. Although, it was pretty impressive of you to deliver it straight into my hands, the Master Corps. You really think we're here to hand it over? Why, of course not. You see, I'll be taking it back no matter what you say. In any case, this is the end for you. You won't be getting out of here alive. The two of you were fools for coming here. Now die! Oh, da ist aber jemand zauber auf uns. Can you serve me? Don't make me laugh. You can keep your accursed crown. We're here to overthrow you and free the death. Spare me your weeping slave. You're mine. Annihilation. You're my own. You're my own. It's you and me. This ends now. Consider yourself finished. Bam, der hat gesessen. Elfin. 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 Elfin! Elfin. 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 Ruhig von einem Schlaven, Bolsif? Know your place, insolent boy. Up here, I've got more than enough space to crush you. This time your mask won't be the only thing that cracks. That is enough! What the hell is that? It's manifested astral energy. Not only that, it's alive! Astral energy? From the spirit vessel? But wait, that was harvested for me. And that energy is supposed to be mine. It was the two of you. I knew it all along. And you'll pay! Up in order 2. Flay, look what you did! Without your spirit vessel, for your master core, you're nothing! Shia, watch out! You're finished! You're finished! This ends now! Consider yourself finished! You're finished! You're finished! You're finished! You're finished! He's finished! Du schreitst gegen deine eigene Kind! Es ist immer die Weg der Renan für die strongest zu überleben! Und trotzdem... Du hast sich mit einem Filthy-Dannin geliebten! Du Traitor! Sag mir warum! Warum bringe Ruhe und Devastation zu dein eigen Kind? Snakes wie du sollst du! Gahhh! 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 Ein Monster, die mit einer Astral-Energie? Wie können wir... Gahhh! Wenn diese Waffe ist auch aus einer Astral-Energie... vielleicht... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der Kampf war easy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Let's Play mit dem Normalmodus wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ich bin Amos. Ich bin Amos. Ich bin Amos!